Das ist ein Fischstabend. Nein, das ist ein Fischstabend. Das ist ein Fischstabend. Das ist ein Fischstabend. Was ist das? Ich bin jetzt. Das ist eine Fischstabend. Das ist ein Fischstabend. Das ist ein Fischstabend. Der zeigt, dass er besser fliegen kann. Hahaha. Das ist eine Taubexung und das ist ein Körperspektive, das ist eine Taubexung und das ist eine Taubexung. Jawohl, jawohl! Das ist eine Taubexung und das ist eine Taubexung und das ist eine Taubexung. Das ist eine Taubexung und das ist eine Taubexung und das ist eine Taubexung. Die haben Angst vor uns, glaube ich. Die wollen nicht kommen. Die man exhaust hat, aber es ist eine Taubexung und das eine Taubezolteste AnleipỚ. Vielleicht besser empfehse ich die psuche. Das ist eine Taubexung oder die Sätebexung die die Fluss ére. Nach dem Blyrakish. یہ ist ein steckeres Schäu Ball. Das ist euer gestorben. Alles wunderbar. Alles gut. Gar nicht, ne? 100 mal sind du, ne? Ja. Achso, festhalten. Jetzt geht's ab. Jetzt noch. Ja, jetzt geht's ab. Bringt den Kamerad bisschen näher. Okay, jetzt geht's weiter. Danke hier. Gebt alles schnell. Alles, alles, okay. Alles, was geht. Wir machen erst easy. Runde rückwärts. Runde rückwärts. Runde rückwärts. Dann macht alle Körper recht zu mich, bitte. Das ist gut. Dann machen wir noch ganz für mich zu fliegen. Und jetzt rechts wieder. Und jetzt schafft es. Super, ey. Oh, jetzt kommt der Magen auch in den Schwung ein bisschen. Geile Sache, ey. Da ist Achterbahn-Feeling, ey. Das ist nicht schlecht, oder? Boah. Beste Achterbahn, dass du fängigen kannst. Ja. Ein paar Tanzabunie pflücken. Du kannst wieder zurücksetzen, wenn du weißt, dass du nicht befreit sein. Ja. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Schauscht. Versen die Lizur? Achterbahn! Achterbahn! Mach. Achterbahn! 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 Los, wir kennen uns in die Sehkunde. Hoi! Ja! Kommt mir leicht rechts. Das ist super. Das ist gut. Und wieder links. Geht? Geht? Ja klar.